Schläge Jesus Christus! Möge jemand Ehre sei Jesus Christus sagen! Heute, 2000 Jahre, ist die Kirche geboren bei der Taufe mit dem Heiligen Geist. Als der Heilige Geist auf Jerusalem setzt euch gerne. Als der Heilige Geist kam, das, was wir in den Apostelgeschichten 2 lesen, und alles hat sich verändert. Die Trauer ging weg. Die Sorge ging weg. Und die Besorgnis ist weg. Denn als der Heilige Geist hat er erfüllt, alles, was sie mit Jesus schon hatten. Und Jesus ging in den Himmel. Und es kam die Ehre des Heiligen Geistes. Wenn im Alten Testament der Heilige Geist kam auf einige Menschen auf Priester nicht auf alle auf Könige auf Richter so ist im Neuen Testament der Heilige Geist er möchte auf jedem sein in jedem von uns. Und sag mal deinem Nachbarn in dir ist der Heilige Geist. In dir ist der Heilige Geist. Und wisst ihr, ich habe gesagt, in euch ist der Heilige Geist und ihr habt angefangen zu machen. Denn der Heilige Geist ist ein Geist der Freude. Es ist der Geist des Friedens. Wer von euch ist hier in dem Saal und ist noch nicht getauft mit dem Heiligen Geist? Mach mal so. Wenn du noch nicht in Zungen sprichst, halte mal deine Hand oben. Ich werde heute für euch beten und auch für euch, liebe Frau. Heute werde ich den Zungen anfangen zu reden. Amen. Und wie sieht es auf dieser Hälfte aus? Sag mal was. Ich höre euch nicht. Ihr könnt nicht so reden, wann ihr es möchtet. Auch. Halleluja. Amen. Halleluja. Riko Toshila Batama Namadia Labasanda. Die Frau, die hier steht. Sie kommen bitte nach vorne. Sie beherrnete auf andere Sprache? Ja. Ich weiß, es gelingt noch nicht, weil ich die Hand auflegen muss. Sammelt Mut. Degоворились? schaut mal liebe Freunde der Herr gab mir vor einigen Tagen ein Wort denn er wusste dass diese Frau auch hier gehen wird Apostelgeschichte Kapitel 19 Vers 1 Lass uns nochmal die Geschwister die Musiker danken Vielen Dank Vielen Dank Apollos in Korinth Apostelgeschichte 19 Vers 1 es geschah aber während Apollos in Korinth war dass Paulus nachdem er die höher gelegenen Gebiete nach Ephesus kam und als er einige Jünger dort fand hier wird gerade die Kirche in Ephesus geboren und die Folge ist dann der Bruder Timotheus wird dann der Leiter dieser Kirche Paulus Paulus ist jetzt in Ephesus und sucht Menschen nach dem Geist вы сюда пришli потому что wir одного Ducha скажите громко Amen wir одного Ducha Wir sind hier nicht nach der Seele oder nach dem Fleische hergekommen sondern wir suchen Menschen des gleichen Geistes um mit ihnen zu leben Gott zu preisen und zusammen Lobpreise zu führen er fand also einige Jünger und sagte sie aber antwortet ihm wir haben nicht einmal gehört dass der Heilige Geist da ist diese Jünger haben nicht mal das Verständnis darüber was Jesus gelehrt hatte Jesus sagt ich werde euch bald alleine lassen aber ich lasse euch nicht als Weise zurück und ich werde den Vater bitten der im Himmel wohnt wenn ich zu ihm komme und ich bitte dass er den Heiligen Geist aussendet das alte Testament das alte Testament das alte Testament das ist die Epoche des Gott des Vaters Gott wirkte Gott являlse Abraham er zeigte sich Abraham er zeigte sich Moise er zeigte sich Menschen er zeigte sich den Menschen er zeigte sich und er formte sein Volk damit sie effektiver werden hat er sie den Heiligen Geist schicken lassen dann kam Jesus und es kam die Epoche von Jesus Christus auf der Erde Jesus hodill Jesus ging predigte das Evangelium heilte Kranke er demonstrierte die Kraft Gottes er war erfüllt vom Heiligen Geist er sagte der Geist Gottes ist auf mir denn er salbte mich den Armen zu evangelisieren die zerbrochenen Herzen sind zu heilen und die Gefangenen loszulassen und Jesus wirkte es war die Ära Jesu es war die Zeit seines Dienstes die Menschen waren hungrig danach Jesus zu treffen die Menschen suchten ihn denn das war Gott auf der Erde Jesus er kam in Kraft er war in Salbung und dann sagte Jesus ich muss gehen ich muss zum Vater da ist meine Heimat da komme ich her meine Heimat ist im Himmel und auch unsere Heimat ist im Himmel er sagte wenn ich hingehe werde ich Wohnungen bauen ich werde euch Plätze vorbereiten aber ich lasse euch nicht zurück ich lasse euch nicht zurück ich werde beim Vater erbitten dass er den Heiligen Geist sendet und jetzt Apostelgeschichte Kapitel 2 Vers 1 und als der Tag der Pfingsten sich erfüllte Jesus verstand wenn der Heilige Geist nicht kommt wird die Kirche sehr schnell eine religiöse Organisation sein der Teufel hat auch so schon sich bemüht wenn christliche Institute und Universitäten studieren wer zuerst war Hiob oder Abraham und ganze Institute studieren das ist es dem Heiligen Geist in der Zeit so traurig dass man so wenig über ihn spricht wir brauchen den Heiligen Geist du denkst du bist schon in der vollen Fülle aber es ist nicht so wenn der Heilige Geist in vollem Maß auf dich kommt wirst du erstens so wie betrunken sein deine Sprache wird sich ändern denn wenn er kommt dann spürst du ihn du erlebst ihn das ist die Wahrheit der Heilige Geist das ist so wichtig der Heilige Geist kann in deinem Leben wie Narkose wirken deine Krankheit wird einfach verstummen du wirst nichts spüren der Heilige Geist ist wichtig liebe Geschwister das ist Wahrheit glaub mir wir brauchen mehr vom Heiligen Geist und die Gemeinschaft mit ihm Gemeinschaft mit ihm Paulus sagt er traf sich mit den Jüngern und sie lernten sich kennen und Paulus verstand hört man ganz genau zu die Epheserkirche war eine sehr große denn das Fundament war groß und richtig und sie trafen sich hier und ergeben eine folgende Frage habt ihr den Heiligen Geist empfangen als sie gläubig wurden er geht zurück zu dem Zeitpunkt des gläubigwerdens denn den Heiligen Geist bekommst du ganz am Anfang erinnert ihr euch noch am zweiten Kapitel Apostelgeschichte 2 Petrus sagt zu den Menschen die dort sich versammelten bekehrt euch und jeder lasst sich taufen im Namen Jesu Christi und ihr werdet die Gabe des Heiligen und die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und sie taten es Bucke sie haben sich bekehrt das erste ist Bucke viele von uns verstehen bis heute nicht den Sinn der Bekehrung und Buße tun ihr kommt nach vorne zur Buße ihr wiederholt mein Gebet wenn der Pastor betet und sagt wiederholt das Gebet wie würdet ihr beten wenn ich euch das jetzt nicht geben würde als Formel wenn ich euch nicht sagen würde sag mal so Vater im Himmel ich bitte dich vergib mir meine Sünden und reinige mich von jeder Unwahrheit und ihr tut das mit Glauben ist das für euch wahre Bekehrung oder nicht ich richte nicht aber Gott ist der Richter er sieht dein Herz wenn du nur die Worte wiederholt hast aber keine wahre Bekehrung gemacht hast oder Buße getan hast dann kannst du in die Kirche kommen du bist erfüllt von vielen Sünden die du noch nicht bekannt hast und du hast nicht mit Glauben dein ganzes Herz abgegeben als Johannes im Wasser taufte er sagte bringt eine würdevolle Frucht der Buße die katholische Kirche hat das Geheimnis der Bekennung oder der Sündenbekennung erfunden der Priester ist an einem Ort und der der sich bekennt an dem anderen der sich bekennt ist auf der anderen Seite ehrlich gesagt ich glaube nicht an solche Buße tun wisst ihr welche mir gefallen wisst ihr wie bei Zacchaeus er kam in die Mitte und er sagt er sagt mein Leben war falsch und das tat er vor der ganzen Volksversammlung nicht im Geheimnis Jesus ich verspreche dir die Hälfte meines Hab und Gubs gebe ich den Armen aber wenn ich jemanden verletzt habe warum sagte er das weil er jemanden verletzt hatte und er sagte Jesus den den ich verletzt habe den werde ich vierfach zurückgeben und Jesus sagte hier das ist wahre Bekehrung nun ist die wahre Bekehrung gekommen denn auch er ist ein Sohn Abrahams und das Leben des Menschen hat sich verändert wenn der Mensch so eine Art geheime Sündenbekennung vollbringt und dem Pastor sagt aber erzähl das bitte niemanden erzähl das nicht über mein Leben das ist doch keine Bekehrung du nimmst dann diesen Menschen in Gefangenschaft denn dieser Mensch weiß nicht wie er sich danach verhalten soll wahre Bekehrung ist wenn du vor dem Menschen sagen kannst vergib mir für das und jenes ich habe das und dies gemacht aber vergib mir vergib mir die Sünde muss offen werden man muss die Sünde beschämen die Sünde muss man waffnen damit sie keine Macht mehr hat man muss sie abgeben und sagen betet für mich betet für mich das wird besser funktionieren das gefällt mir warum versteckst du deine Sünde vor wem versteckst du es Gott sieht doch alles du brauchst wahre Bekehrung vor Gott wenn du wahre Bekehrung getan hast und dich im Wasser taufen lässt Sünden vergeben und eine neue Schöpfung in Christus Jesus bist dann wird der Heilige Geist ganz anders wirken in deinem Leben der Heilige Geist hat eine große Macht vieles hängt von uns persönlich ab Jesus sagt wenn ihr erfolgreich sein möchtet braucht ihr den Heiligen Geist und sie fragen was ist das denn wir читаем дальше они же сказали ему der 2 Stich 2 wir даже nicht слышали was ist Apostelgeschichte 9 10 Vers 2 wir haben nicht einmal gehört dass der Heilige Geist da ist und er sprach zu ihnen worauf seid ihr denn getauft worden sie aber erwiderten auf die Taufe des Johannes das war die Taufe das war noch zwischen dem alten und dem Neuen Testament es war aber die Taufe und der Bekehr ganz Jerusalem das ganze Volk kam raus zur Taufe zum Jordan Vers 4 da sprach Paulus Johannes hat mit einer Taufe der Buße getauft und dem Volk gesagt dass sie an den glauben sollen der nach ihm kommt das heißt an den Jesus Christus und als sie das hörten ließen sich taufen auf den Namen des Herrn Jesus was hat Paulus gemacht er hatte Ordnung gebracht sie waren einfach nur zwölf eine kleine Gruppe und sie sagten ihr braucht eine neue Taufe nach dem Neuen Testament also die Taufe auf den Namen des Herrn Jesus und sie ließen sich taufen Vers 5 sagt es als sie das hörten ließen sie sich taufen auf den Namen des Herrn Jesus und als Paulus ihnen die Hände auf legte kam der Heilige Geist auf sie hört ihr mich kam der Heilige Geist auf sie und sie redeten in Sprachen und weissagten es waren aber im Ganzen etwa zwölf Männer ohne den Heiligen Geist kann es nicht erfolgreich sein in der Gemeinde ja es kann viele Menschen geben vielleicht sind auch ganz viele Gesetze in der Gemeinde aber eine lebendige Gemeinde ist die die erfüllt ist vom Heiligen Geist geführt sein vom Heiligen Geist das ist wichtig das ist wichtig dass wir darüber sprechen und nicht nur am Pfingsten sondern öfter und sie erhielten den Heiligen Geist genauso wie am Tag des Pfingsten kam der Heilige Geist auf die Erste Gemeinde die 120 und auch hier in Ephesus sie redeten in Sprachen und genauso in Hamburg heute in diesem Gebäude wie viele sind wir hier 50 70 vielleicht ein bisschen weniger alle werden Sprachen reden alle können den Heiligen Geist bekommen wenn du dich selbst nicht taufen ich werde Hände auflegen es haben so viele durch Hände auflegen den Heiligen Geist bekommen die Menschen beten in Zungen plötzlich öffnet ihnen die Münder und sie reden in Sprachen deshalb ist es wichtig am Pfingsten an diesem besonderen Tag so stelle ich die gleiche Frage die Paulus gestellt hat habt ihr den Heiligen Geist empfangen als ihr gläubig wurdet habt ihr den Heiligen Geist empfangen als ihr gläubig wurdet wenn nein dann ist heute heute ist dieses Geschenk was Gott dir die Bibel nennt es ein Geschenk eine Gabe und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes bekommen so heißt müsst nicht warten ihr müsst nicht denken ihr seid überaus sündig ihr müsst erlauben dass man für euch betet ihr müsst glauben und die Taufe annehmen und dann in Zungen zu beten ihr werdet fröhlich sein ihr würdet glücklich sein und nicht alleine einsam fühlen ich sagte Halleluja Lass wir zusammen sagen Ehre sei Jesus Vers 8 Und er ging in die Synagoge und trat öffentlich auf indem er drei Monate lang Gespräche führte und sie versuchte zu überzeugen Da aber etliche sich verstockten und sich weigerten zu glauben sondern den Weg vor der Menge Verleumdeten trennte er sich von ihnen und sonderte die Jünger ab und hielt täglich Lehrgespräche in der Schule eines gewissen Tyrannos Das geschah zwei Jahre lang Und jetzt heben wir hervor sodass alle die in der Provinz Asien wohnten das Wort des Herrn Jesus hörten sowohl Juden als auch Griechen die Arbeit von Paulus klasse ohne müde werden ohne auf die Menge zu schauen erst diente er den zwölf er taufte sie er lehrte sie zu predigen sie wurden prediger er lehrte sie Zeugnis zu geben und als sie in der Synagoge waren und darüber sprachen war eine Rebellion aufgestanden Aufruhr nicht jeder glaubte nicht jeder hat angenommen er musste die Entscheidung treffen hat seine Leute versammelt und sagt Freunde wir können hier nicht mehr bleiben wir müssen hier weg wir brauchen ein neues Gebäude hier gibt es eine Schule an den Wochenenden ist nichts los wir können das mieten und sie mieteten diese Schule und dort führten sie weiter zwei Jahre lang zwei Jahre lang und er versammelt sie nicht nur um diese zwölf zu versammeln sondern dass das ganz Asia hört welche Methode wählte er das weiß ich nicht aber was ich weiß ist dass der Heilige Geist geholfen hatte ganz Asia hatte das Evangelium gehört das ist stark das ist stark wenn wir sprechen über наполнение Святого Ducha aber nicht wird происходить in нашей жизни nichts passieren im Leben passieren einige von uns sind voll dass Gott und Heiliger Geist nichts Neues in die Herzen legen kann Richtig war heute gesagt von Pastor Larissa dass wir entleert werden sollen denn Gott füllt die leeren Gefäße aber damit sie leer werden musst du raus gehen predigen erzählen das Evangelium für jemanden beten jemandem dienen seid ihr hier das ist schon die persönliche Verantwortung es ist die persönliche Verantwortung zu gehen und zu predigen Gott ist wundervoll am Donnerstag war ich in Stade wir hatten einen Termin beim Bürgermeister denn wir brauchen ein neues Gebäude und als es 14 Uhr war wir hatten den Termin um 14 Uhr ich weiß aber dass der Bürgermeister oder die Bürgermeister eine Frau ist und man hat uns in das historische Rathaus in Stade das waren die Schweden die das bauten im Jahr 1600 ganz historische Gebäude 4 Meter hohe Hände viel Holz und du fühlst dich so klein aber du weißt Gott ist groß und wir kamen hinein und nun kam die Bürgermeisterin und mit der Sekretärin und es kommt auf einmal der Bürgermeister und ich war schockiert und grüßt mich her stoi guten Tag und ich wurde so bekannt er stellte sich heraus vor 5 Jahren hatten wir Gemeindegeburtstag in Stade und wir пригласили Märiü городскую Märiü und wir haben den Bürgermeister und die die Hälfte eingeladen gehabt Pastoren eingeladen und die Bürgermeisterin zu damaliger Zeit sagte ich kann leider nicht kommen aber ich werde meinen Helfer meinen Sekretär schicken und nach 5 Jahren ist sie weitergegangen und hat ein anderes Amt und der Helfer wurde schon Bürgermeister und er sagte Herr Stoll ihr hattet solche leckeren Pirajki uns hat euer Gottesdienst so sehr gefallen wir haben fast nichts verstanden denn die ganze Zeit auf Russisch auf Russisch aber ich meine da gab es auch Übersetzung jedenfalls wir weiter arbeiten und und er sagte es schön euch zu sehen dass ihr weitermacht wir haben ihm erzählt unsere Anliegen und er sagte ich werde mich darum kümmern wir haben schon drei Varianten bekommen das ist so toll im Haus gibt es irgendwelche Pavilions und die sagten ihr könnt das ruhig nutzen und ich schaute mit so großen Augen wie in der Bibel die Schule eines gewissen wir dürfen uns da sammeln der Herr ist groß gebt nicht auf und seid erfüllt vom Heiligen Geist wenn ihr erfüllt seid dann brennen eure Augen der Heilige Geist wird immer Tipps und Tricks geben der Heilige Geist ist so wichtig achte und baue nicht auf deine Bildung sondern baue auf den Heiligen Geist Ich glaube dass der Heilige Geist im Automobil besser klarkommt in kulin und ich glaube der Heilige Geist ist sogar besser in der Kulinarie und der Heilige Geist kann auch in der Ehe Probleme lösen Der Heilige weiß alles wir brauchen den Heiligen Geist das ist ein großes Plus für uns nicht nur zu beten sondern bitte auch um die Weisheit bitte um Rat und um Hilfe seid ihr hier schaut ihr mir die Augen versteckt ihr eure Augen nicht glaubt mir noch einen Gedanken und dann wollen wir beten Apostel Paulus hat eine neue Methode der Krankenheilung erfunden denn ich habe das nirgends sonst gesehen irgendwo stand das hier смотрите 11 stich und Gott wirkte ungewöhnliche Wunder durch die Hände des Paulus wie denn so dass was lagali platki sogar schweiß tücher oder gürtel von seinem leib ich möchte die aufmerksamkeit drauf legen Apostel Paulus war umgürtet wisst ihr was das anspricht in uns ist Salbung wirklich in uns auf uns und auf unseren Kleidung es war eine Zeit ich habe meinen anzug auf euch geworfen ich war wie verrückt ich habe tücher geworfen es war eine Zeit ich habe Wasser auf euch geschüttet ich habe einfach so geschüttet das Wasser floss und ihr wurde geheilt denn der Heilige Geist wirkt durch unterschiedliche Methoden und es heißt hier gürtel von seinem Leib und sie brale diese вещи zu den kranken gebracht wurden und sie verletzten und zelte duch ausfuhren und die krankheiten von ihnen wichen und die bösen geister von ihnen ausfuhren oder wenn du наполнен Святым Duh hast alles hat selbst deine schweiz und deine Kleidung du komplett bist heilig gesalbt am 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 und alle diese schweiztücher wurden und sie wurden auf krank gelegt und die Menschen wurden gehalten die dämonen люди получали свободu diese Zeit muss heute in der Gemeinde wirken und vers 13 und es versuchten aber etliche von den umherziehen den jüdischen beschwören über den die bösen geiste hatten den Namen des Herrn Jesus zu nennen und und sie sagten, wir beschwören euch bei dem Jesus, den Paulus verkündigt. Sie waren nicht errettet. Sie waren auch nicht von neuem geboren. Sie sagten, Paulus predigt über irgendeinen Jesus. Deshalb beschwören wir jeden Dämon, der muss weichen. So wird das nicht arbeiten. Wenn ihr errettet seid, von neuem geboren, euer Name ist im Buch des Lebens notiert, werdet ihr geistliche Autorität haben. Sag mal laut, Autorität. Du hast Autorität. Es waren aber sieben Söhne eines jüdischen Hohepriesters Skevers, die das taten. Aber der böse Geist antwortet und sprach, Jesus kenne ich. Und von Paulus weiß ich. Wer aber seid ihr? Wisst ihr, ein dämonisch besessener Mensch sagte zu diesen sieben Söhnen Skevers, wer seid ihr? Woher redet ihr hier? Weshalb soll ich euch zuhören? Ihr habt keine Autorität. Ihr seid nichts. Und niemand. Und der Mensch, in dem der böse Geist war, sprang auf sie los und er überwältigte sie und zeigte ihnen dermaßen seine Kraft, dass sie entblößt und verwundet aus jenem Haus flohen. Es war bekannt, es war bekannt, es war bekannt, die in Ephesus wohnten, sowohl jenem als auch griechern. Und furcht fiel auf alle sieben. Und der Name des Herrn Jesus wurde hochgepriesen. Was wurde bekannt? Es war bekannt, dass diese niemanden, aber der Böse sagt, Jesus weiß und Paul weiß nicht. Es sind die Leute, die die Autorität haben. Die Dämonen werden ihnen gehorchen. Die Kirche muss, die Gemeinde muss, die Dämonen austreiben, so viel Fluch und Zauberheit ist in der Welt und der Fluch. Denn die Böse und Dämonen sind die Dämonen, die Dämonen, sind die Instrumente des Teufels. Aber damit man mit diesen bösen Geistern und Dämonen arbeitet, brauchen wir wahre Buße, wie unser Bruder gepredigt hatte, eine neue Identität, dann können wir arbeiten in dieser Sphäre. Und glaubt mir, wir haben die Autorität. Dämonen werden weich, Krankheiten werden weich, denn wir sind Kinder Gottes, wir sind Kinder des Königs. Bitte behaltet das nicht einfach für euch. Oh, möge einfach nur mein Magen geheilt werden, meine Augen. Natürlich wird das geschehen, aber Gott möchte mehr, dass durch dich das Werk Gottes vollbracht wird. Amen. Wollen wir beten? Kann heute die Gemeinde meine Unterstützer sein? Könnt ihr heute mein Helfer sein? Aber jetzt mal ehrlich gesprochen, wie denn? Damit ich eure Stimme höre. Lass uns zusammen aufstehen. Ich werde beten für die Taufe des Heiligen Geistes. Ich werde beten für die, die noch nicht getauft sind. Und die Gemeinde wird mir helfen. Wir wollen zusammen beten. Wir wollen zusammen beten. Ich möchte ungern dieses Wort benutzen, aber es soll wie so ein Rauschen sein. Ich möchte nicht, dass es einfach nur ein Wirrwarr ist, sondern ein Gebet in Zungen. Als ich einst in Nordkorea war bei Pastor Jung Gi Cho, in Südkorea, dort praktizieren sie sehr doll das Gebet in Zungen. Dass wenn der Pastor die Gemeinde aufhalten möchte, er muss dafür so eine Glocke nehmen und läuten, dass die Gemeinde aufhört. es ist schwer sie aufzuhalten im Gebet, so stark sind sie gelehrt und sie verstehen die Kraft des Gebetes in Zungen. Und es heißt im Wort, dass wir uns selbst erbauen. ich bekomme Erbauung mit Zungen beten. Ich bedanke mich nicht mehr. Ich bedanke dich, vor allem, dass du hier bist. Dass du in die Leben, in die Dinge, in die Dinge, die du noch nicht mehr hast. Ich bedanke dich, dass du in mir bist. Ich bedanke dich, dass du in der Pastorin Larisse bist, in der Brunner Waldemar, in der Schwester Alvina. Dass du in jedem von uns bist. Und du fühlst dich wohl. Wir kränken dich nicht, Heiliger Geist. Wir sind nicht, Heiliger Geist. Ich bitte dich. Ich bitte dich, Freunde. Halleluja, Halleluja. Halleluja. Halleluja, Halleluja. Halleluja. Normaler. Und mir gefällt euch für euch. Von der Gemeinde, lassen wir uns unterstützen mit diyor. Halleluja. Halleluja. Untertitelung des ZDF, 2020